so leute servus und willkommen zur kurzen erklärung wegen geschenke also generell ist es ja so dass es gibt einmal geschenke für 14 tätige bei ganzem einmal gibt es geschenke hier einzeln event beim einzelnen event werde ich leider pech haben weil ich halte mein geld nächste woche das ist das problem da würde ich vielleicht nicht so viel schaffen aber egal es gibt hier zwei möglichkeiten günstig aus dem geschenkheb viel rausholen du hast zum einen einmal hier die markierungen also die punkte jeweils geschenk und hier hast du diese verschenke einen geschenkkristall der kostet 15 einheiten und 150 einheiten sind 1300 und 1500 einheiten sind 13.000 punkte lohnt sich wirklich den großen lohnt sich nicht den lohnt sich wirklich nicht zu verschenken also mit ganz genau 1500 einheiten bekommst du 13.000 punkte so wie viele punkte brauchst du beim einzelnen event um alles zu bekommen ganz einfach da du hier nur meinen stemmpunkt hast brauchst du ganz genau 17.500 das heißt wenn man 3000 einheiten hat kriegt man auf jeden fall diese punkte wenn du schon 2500 einheiten hast ich glaube 2000 bist du bei 17.000 befreundet ach man merkt ich bin müde ok so wie verhält das sich jetzt mit allianz event das ist ja 15 tage das geschenk ein geschenkkristall sind 50 punkte und dann ein bisschen erkältet 40 punkte und das bedeutet du musst mindestens zehn stück geben damit du 400 punkte hast und wie viel brauchst du für die rankbelohnung das sind sehr viele punkte die man braucht denn hier ist ein minimal punktestand und dieser minimale punktestand den man erreichen muss ist mindestens über 35.000 also nehmen wir mal an du kaufst dich ein du zahlst 100 euro und hast 3100 einheiten also 110 euro und 3100 einheiten und du verschenkst diese kleinen kristalle das sind 15 50 sind 10 stück 1500 sind 100 stück du verschenkst über 200 stück dann bekommst du 40 sind einer 10 sind 400 und 100 sind 4000 und 8000 punkte bekommst du das würde bedeuten dass du im durchschnitt gerade mal auf die 35.000 landest höchstens es würde aber auch bedeuten wenn du dich qualifizieren willst und da ganz bei den ganz großen mitmischen musst dann müsstest du hunderte von euros ausgeben wenn du es jetzt alleine machen willst bilden wir sind wir in einer allianz ist es ganz einfach ausgerechnet auf 100 euro kalkuliert ok also ein user 100 euro sind 4000 8000 ich hab das bei runtergerechnet 8000 und dann mal 10 sind 80.000 und mal dann 20 user sind 160.000 und das würde bedeuten bei 160.000 ist man hier unten ja 175.000 genau wäre man hier unten also wir brauchen 175.000 um einen nutzen rauszuziehen ist man ganz unten angelangt hat man so viele punkte gemacht dass man folgendes freischaltet bei 175.000 beziehungsweise bei 200.000 punkten habe ich einen kumpel gefragt bekommt man diese obere belohnung also die oberste 1 bis 5 bei 300.000 bekommt man die hier zwischen 300.000 und 400.000 sind die und erst bei einer million ist man dann hier das sind leute also wie schon gesagt die geben sehr viel geld aus und der typ hat mir gesagt das lohnt sich nicht da müsste jeder mindestens 500 euro investieren das sind die elite das sind die die 10.000 euro netto verdienen das sind die da wird jeder 500 euro mal raushauen 30 spieler das sind dann schon ähm ja 5000 15.000 euro 15.000 euro insgesamt pro spieler 500 dann kriegt er das ja das ist halt pay to win und von daher lohnt sich das nicht was ich aber lohnen würde ist auf jeden fall da drauf zu kommen ja von obersten 1 bis 5 1 bis 1 bis 5